Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Sims 4 an die Uni und Premiere. Heute gibt es schon wieder eine Cam in an die Uni, was ja jetzt schon länger ausgefallen ist, aber ich hatte sehr große Lust drauf und deswegen machen wir das jetzt so. Wir sind natürlich wieder hier bei unserer süßen Elaine. Wir sind noch beim Honey Pop, heißt das glaube ich. Und ja, wir waren ja im letzten Part auf der GeekCon und alle Leute gehen gerade. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach auch, denn sie stinkt. Und ich denke, sie muss heute arbeiten, oder? Muss sie? Oh ja. Ich glaube, duschen kann sie vorher dann nicht mehr. Das ist ein bisschen kritisch, aber passiert manchmal. So schlimm wird das schon nicht sein, wenn sie ein bisschen stinken tut in Bremen. Ja, passiert. Gott. Man kennt's. Laaa. Okay. Mal gucken, wie lange der Beale Bildschirm diesmal braucht. Ich bin gespannt. Sehr. Wieso ist das immer so? Oh mein Gott. Danke. Okay. Darum müssen wir uns gerade nicht kümmern. Das ist sehr, sehr schön. Ich würde ja gerne duschen, aber es lohnt sich halt einfach nicht. Okay, sie geht zumindest nochmal für ein paar Minuten drunter, aber es wird ihr nichts bringen. Weil wir müssen jetzt leider arbeiten. Tschüss. Danach kannst du ruhig noch duschen. Das ist kein Problem für uns. Ach ja. Nein, mach schneller. So. Duschen und dann nochmal was fuhnen. Und dann sind morgen schon wieder MMM-Vorlesungen. Genau. Ja. Es geht voran. Wir sind nicht mehr weit entfernt von dem Ende, oder dieses Let's Plays halt einfach. Es ist Hardcore. Es ist Hardcore. Ich finde es z.B. auch ein bisschen krass. Aber ja, vielleicht mal gucken. Mal gucken, was wir jetzt halt dann hier danach machen werden. Ob es dann einfach erstmal wieder viele Challenges kommen oder sowas. Oder ob ich mir halt doch irgendwie was aus dem Ärmel schüttle und wir was mit nachhaltigem Leben machen oder so. Aber irgendwie sehe ich das gerade nicht so. Wir werden sehen. So. Die Pipi machen und dann bitte einmal heiern. Danke. So. Good night. Ich bin so spannend einfach, wie das jetzt... Es ist halt... Ich finde es einfach so krass, dass es bald vorbei ist. Okay. Es ist ein bisschen surreal, wenn ich ehrlich bin. Ach man. Ach man. Oh, die Lotterie. Vielleicht schaffen wir es ja in dem Let's Play, dass wir hier gewinnen. Also es wäre zumindest ziemlich cool. Wir versuchen es einfach mal. Muss sie jetzt schon los? Oh. Sieht so aus. Aber das ist okay. Dann geht sie halt erst zum Kurs und dann kauft sie sich dieses Lotterie los. Wieso hat sie denn ein Herzchen dabei? Weil ehrgeizig ist. Okay. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. So. Okay. Der nächste Unterricht ist danach direkt. Das ist auch eigentlich gut. Eigentlich ist das echt gut. Weil dann ist das direkt vorbei und dann kann man sich halt direkt um ein anderes Leben kümmern. So. Ja. Freu dich. Und jetzt geh bitte zum nächsten. Danke. Jetzt muss schon wieder ihre Binde wechseln. Ey. Das... Boah. Manchmal geht mir das ein bisschen zu schnell im Leben. Kennt ihr das? Ja. Oh mein Gott. Eine respektable Note. Das ist sehr, sehr schön. Wir lieben die respektable Note. Und ich glaube, das sieht nicht so schön aus hier hinten. Ne. Das muss sie dann selber machen. Das kriegen wir noch hin. Oh mein Gott. Ich kriege dich mir aus dem Kopf. Ja. Okay. Ja. Ja. Wir gehen essen. Aber wir wollten eh essen. Und dann kann man doch einfach mal ehrgeizig sagen, wir gehen halt mit Mizuki, wenn sie uns schon einlädt. Und solange das jetzt halt alles wieder gut funktioniert, weil das ist ja immer so eine Sache. Wir kennen Sims und Gaumenfreunden. Freuden. Gaumenfreunden. Moin. Kennt man ja. So. Ich reise in Sims 4 nur nicht so gerne, weil halt das immer so 1000 Jahre lädt. Obwohl in Sims 2 dauert es noch länger. Und hier habe ich 30 Gigabyte installiert und in Sims 2 nicht. Und in Sims 2 dauert es trotzdem 1000 Jahre. Und hier dauert es 1000 Jahre, weil halt so viel immer geladen werden muss. Deswegen, ich glaube, ich nehme das hier doch lieber in Kauf. Also ich liebe Sims 2. Es ist das beste Sims. Aber. Ah. Ja. Ihre Akne kann auch übrigens bald mal verschwinden, ne. Also. Es nervt ein bisschen. Zehn Stunden. Okay. Also. Sie sieht jetzt nicht unbedingt hässlich aus damit oder so. Aber trotzdem. Keine Ahnung. Sieht es halt einfach. Also sieht sie halt schon nochmal schöner aus. Ohne so. Und ich glaube, sie selber. Also ich meine, sie hat ja auch immer diese Beschämtheitsstimmung. Das heißt, sie fühlt sich auch nicht gut damit. Deswegen. Ja. Wir wollen sie ja wieder happy sehen in ihrem Leben, ne. Was ist das denn? Warum? Linderung. Welche Medizin? Wir haben ja gar keine gegeben, oder? Aber sie ist so hübsch einfach, aber ich schwöre. Hallo? Wieso steht sie auf? Wir bestellen jetzt. So, was gönnen wir uns denn? Wir haben ja nicht so ein bisschen Geld. Das sollte eigentlich passen. Lassen wir uns halt auch für beide. Orangenade mit Pfiff. Let's go. Und Kirschschlürf. Klingt sehr gut. Und dann gebe ich zu essen, ähm, das hier. Und da ist sie. So. Viel Spaß. Das sind trotzdem nur 49 Simole. Das ist deswegen easy. Das schaffen wir doch locker. So. Oh mein Gott. Warum gehen die alle hin? Können wir nicht einfach zusammensitzen? So. Weil ich würde einfach gerne mit ihr reden. Wie wär's? So unsere Freundin. Bewunderung ausdrücken. Warum nicht? Oh. Die beiden seid so cute. I love you. Ich bin so gespannt, einfach, dass was jetzt noch so kommt, ne? Oh mein Gott. Ich hoffe, dass das Essen schnell kommt, weil wir müssen halt heute auch noch arbeiten wieder. Okay, da ist das Essen. Arbeiten ist sehr, sehr wichtig, so, ne? Und deswegen müssen wir uns darum halt einfach kümmern. Wir haben jetzt gerade auch nichts so Spannendes zu tun, ne? Also ich meine, das ist jetzt das letzte Semester. Also das Spannendste wird halt dann einfach der letzte Part sein am Ende. Weil ich da halt so ein bisschen was geplant habe. Mal gucken, wie das dann wird. Is. Wir zahlen hier nicht umsonst. Entweder die Lotterie gewinnen, dann schreie ich übrigens, ne? Wirklich, dann gibt's nichts, was ich mehr tun werde, als zu schreien. Vor allem, weil sie denn ja voll unnötig studieren würde. Weil, das, also dann hat sie ja genug Geld für immer so. Und dann studiert sie so zu Ende und denkt sich so, hm, wir können jetzt bezahlen. Und dann gehen wir mal nach Hause. Es roh hofft, dass es geschmeckt hat. Ja, schön. Ja, ja. Dass sie mit diesem Kleidfahrrad fährt, ist so doof. Es ist so doof gemacht manchmal. Aber, also ich meine, klar kann man mit einem Kleidfahrrad fahren. Aber, es ist schon sehr umständlich, würde ich behaupten. Zumindest aus meiner Erfahrung. Vor allem so ein langes Kleid. Kritisch würde ich behaupten. Aber wir sollten auch mal ein anderes Restaurant platzieren. Weil, wenn wir ins Restaurant gehen, ist es immer das. Und das ist irgendwie ein bisschen langweilig, würde ich behaupten. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber, ja. Ach, ja. Nein. Nein. Bitte. Packt einfach dein Fahrrad ein. Packt sie es ein. Ja. Okay. Dann kannst du noch ein paar Minuten existieren. Und dann musst du schon wieder arbeiten. Manchmal geht es so schnell, ne? Ich freue mich schon, wenn sie diesen Job beenden kann. Also nicht mehr machen muss. Weil, also klar, jetzt für, während der Uni halt daran arbeiten, ist das natürlich sehr, sehr gut. Und es ist dafür auch ein recht gut bezahlter Job, finde ich. Aber trotzdem ist es, also, ne, es ist halt nicht so ihr Ding. Also ich meine, sie studiert nicht umsonst Wirtschaft. So. So. Dann kann sie nochmal pieseln. Und, ähm, eigentlich könnte sie dann auch schon direkt, ne, warte, wir wollten das hier noch säubern. Iiiiih, und das müssen wir auch säubern. Und dann kann sie heiern. Also, genau. Wir machen, wir ziehen das jetzt ein bisschen schneller durch, weil wir wollen dieses als Player nicht unnötig ziehen. Es ist halt einfach so. Also, weil wir würden es ziehen, wenn wir jetzt halt immer auf relativ langsam spielen. Und das ist halt einfach nicht das, was ich will. Weil das so zu strecken wäre halt dumm. To be honest. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass das hier alles gut funktioniert. So. War erfolgreich. Cool. So, morgen früh kannst du essen. Und dann musst du dich um deine Hausarbeiten hier kümmern. Let's go. Bitte lasst uns gewinnen in der Lotterie. Das wäre so cool. Ihr habt noch nie gewonnen. Es ist, äh. Es wäre halt einfach mal geil. Vor allem während der Aufnahme wäre halt richtig cool. Also, es wäre halt something different. Hat schon mal jemand während seiner Aufnahme in der Lotterie gewonnen in Sims 4? Also, jemand Bekanntes? Also, es würde mich voll interessieren, weil das ist halt schon... Also, ich meine, läuft auf jeden Fall, wenn das passiert, ne? So. Danach kann sie nochmal duschen gehen. Und dann gucken wir mal, ob wir den Tag über noch irgendwas regeln werden im Leben. Oder halt eher nicht so. Fünf Tage noch. Oh. Das ist so hart. Dann schreiben wir. Äh. Eins, zwei, drei, vier, vier. Dann müssten wir hier wahrscheinlich unsere Abschlussprüfung schreiben, oder? Wenn ich mich jetzt recht entsinne. Weil eins, zwei, achso, nee. Das zählt ja, glaube ich, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, Montag halt. Also, müsste passen, oder? Bin ich dumm. Also, vielleicht ja beides. Man weiß es nicht. Oh, nee. Wieso ist sie denn krank? Ach. Äh, nee. Pillenbehandlung. Impfung. Nee. Ich kaufe mir gleich einfach echte Medizin hier. Ähm. Wo ist Bestellung? Da. Und dann Medizin. Zack. Bürgermeister-Schnur. Moment. Das ist eine Katze. Wieso kann die Katze das Lotto gewinnen? Das Lotto? Der, der, mhm. Aber, aber, nee. Warum? Können wir die Katze adoptieren? Äh, äh. Ich würde heulen. Ja, ganz im Ernst, wir haben nichts zu tun, ne? Also, wir haben jetzt ja unsere Hausarbeiten abgeschlossen für heute. Ganz im Ernst, wir gehen jetzt gleich nach, äh, British Bay und gucken, ob wir Bürgermeister-Schnurhaar finden. Äh, äh, äh. Ich wäre bereit dafür. Jawohl, das geht doch nicht. Du kannst doch nicht deine Katze... Diese Katze, Alter. Ähm. Nehmen wir mal da hin. Katzentreffpunkt. Ich denke, da ist es am wahrscheinlichsten, dass wir eine Katze finden. Wieso kann das passieren? Ganz im Ernst, ey. Das ist einfach so dumm. Aber, ich akzeptiere es. Es ist ja halt die Frage, wenn wir die adoptieren, kriegen wir das Geld dann überhaupt? Ich habe keine Ahnung, ob das so ist. Aber, ich meine, eine Katze zu haben, ist ja nicht schlimm, oder? Also, nicht schlecht im Leben. Deswegen akzeptieren wir das dann einfach. Oh, Mann, ey. Oh, es regnet. Mal gucken, ob hier die Katzen Bock haben. Hm. Also, vor allem Bürgermeister Schnurrhaar halt, weil... We want you and only you. Okay, sie redet mit irgendjemandem. Viel Spaß dabei. Ich habe jetzt noch nichts gesehen, was auf Bürgermeister Schnurrhaar hinweist. Ich weiß auch nicht unbedingt hundertprozentig, wo immer was spawnen kann und so. Wenn wir einen Briefkasten hätten, könnten wir die Katze theoretisch hierhin spawnen lassen, oder? Wollen wir das? Also, so... Hm. Könnte man, oder? Ach, komm. Komm. Ob wir uns mit der anfreunden, wissen wir ja noch nicht. Vielleicht sind die ja voll doof. Brief. Ja, meinetwegen nehmen wir den festlichen Briefkasten, ist mir egal. Hier. Nee. Miau. Miau nehmen wir. So. Und dann... MC Command. Sim herbeirufen. Durch Namen. Ähm, ich glaub... Ich glaub, es ist Bürgermeisterin Schnurrhaar. Aha. Ich... Es müsste stimmen, oder? Bürgermeisterin Schnurrhaar nicht gefunden. Hm. Warte. Äh... Ich will mal bei rufen. Dann gucken wir einfach mal. Ist das sortiert? Nee, ne? Hier bei Katze... Bei Tieren können wir ja gucken. Bürgermeister... Achso, das wurde umbenannt. Früher hieß der nämlich Bürgermeisterin, obwohl es eigentlich ein Typ ist. So. Jetzt ist halt die Frage, kommt der vorbei? Äh. Ähm. Wird das funktionieren, oder nicht? Im Leben. Also ich will halt auf jeden Fall eigentlich Bürgermeister Schnurrhaar als Thumbnail haben. Einfach nur, damit ich sagen kann. Äh, dass er... Ähm... Ähm... Unser schönes... Also unser... Unser Nottogewinn hier... Bekommen hat. Hm. Aber irgendwie scheint das ja nicht so gut für uns mitzuhaben, oder? Warte, wir versuchen es einfach nochmal. So, und dann Bürgermeister Schnurrhaar. Äh, vielleicht bin ich auch einfach blind, denn das ist eine Lampe. Ist fast dasselbe. Katze, Lampe, man kennt's. Ich weiß halt nicht, wo die hier spawnen, wenn man die dann herbeiruft. Oder wir versuchen es über Teleport Any Sim. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, weil ich will Teleport Any Sim da. Diese Katze darf hier nicht entkommen, ja? Das ist wichtig. Summon a Sim here. Tiere. Warum kann ich denn... Warum... Wenn ich jetzt Teleport a Sim hier... Achso. Hallo, oh, er ist krank. Vorsichtig vorstellen. So, und ich brauche das jetzt aber als Profilbild. Man kennt's, Booty. Perfekt. Hallo? Ich weiß halt nicht, wie gut das funktioniert, ne? Können wir schon Freundschaft anbieten? Ich glaub nicht, dass das so gut ist. Hier Laserporenzer davor. Oh mein Gott, das hat ja gut funktioniert. Oh, trösten. Dann können wir die Freundschaft anbieten. Oh, wie süß ein Herzchen. Weil... Also ich hätte schon Bock auf Kätzchen, ne? Streicheln. Und kennenlernen. Also weil eigentlich müsste... Also es ist ja ein Streuner, oder? Müsste ja noch ein... Streuner sein. Reden. Er ist reserviert. Hallo? Spiel? Ich hab mal kurz Angst um mein Leben, ey. Aber sieht doch bisher ganz gut aus, oder? Wir loben ihn. Und dann können wir ihm ein... ...Bäckerchen geben. Ich weiß, eigentlich ist der Part schon um, aber... Ich möchte mich jetzt... Ich möchte den jetzt noch zu meinem Haushalt hinzufügen. Wie süß wäre das einfach. Wir haben Freundschaft geschlossen. Oh, wie süß, um ein Lied bitten. Oh. Dann bürsten wir ihn. Ja, ja. Das interessiert mich gerade nicht. Komm. Komm ran. Wir können ihn doch einfach halt in überwelten Verwalten zu unserem Haushalt hinzufügen. Das wäre halt auch eine Möglichkeit, wenn das jetzt nach diesen Interaktionen noch nicht da steht. Weil ich meine, wir haben Freundschaft geschlossen, als ob diese Katze nicht bei uns bleiben möchte. So. Wir müssen sowieso gleich arbeiten. Okay. Dann würde ich sagen, ich werde ihn überwelten Verwalten dann einfach zu unserem Haushalt hinzufügen. Ja, ob ihr das jetzt gut findet oder nicht. I don't know. Ist mir jetzt gerade auch egal, weil ich möchte diesen Kater adoptieren. Und, äh, ja. Also, ich gucke, ob ich was mit dem Geld mache und wie. Also, man kann ja zumindest ein bisschen was mitnehmen. Weil, also, ich meine, so eine Katze kann natürlich auch Geld bunkern. Und ich meine, er hat den Lotto-Dings gewonnen. Und ich werde vielleicht ein bisschen was rüberholen. Aber auf jeden Fall nicht alles, wenn da jetzt wirklich so viel stehen sollte. Ähm, ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt dann einen Kater. Juhu! Okay, ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!